Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Sommerkräuterpesto. Dieses Sommerkräuterpesto passt gut zu jedem Fleisch, Gemüse, Fisch, Grillkartoffeln und Grillkäse. Für 300 werden folgende Zutaten benötigt. 30 Gramm Pinienkerne, rote Peperoni, 1,5 Bio-Zitrone, Knoblauchzehe, 150 Milliliter Orangensaft, 1 Teelöffel Salz, 60 Milliliter Olivenöl, Sommerkräuter in einer Mischung nach Geschmack zu vermeiden, Minze, zu beachten, Saisonkalenderkräuter und Gewürze. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenbrett und Kochmesser, Pfanne, optional, aber zweckmäßig, 1 Salatschleuder, optional, aber zweckmäßig, eine Zitruspresse, Zestenreißer, Stabmixer, Schüssel. Zubereitung Die Pinienkerne in der Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und abkühlen lassen. Alle Kräuter waschen und trocknen, trocken schleudern. Die Blätter von den Stielen zupfen, wenn nötig. Es werden etwa 60 bis 70 Gramm Kräuter benötigt. Die Peperoni unter fließendem Wasser entkernen, dann fein würfeln. Den Zitronensaft auspressen. Die Zitronenschale mit dem Zestenreißer abziehen. Den Knoblauch schälen. Den Orangensaft mit 1 bis 2 Esslöffel Zitronensaft, dem Salz, dem Knoblauch, den Zitronenzesten und den Pinienkernen fein pürieren. Dann das Öl, die Kräuter und Peperoni-Würfel zugeben und alles kurz, aber nicht zu fein pürieren. Abdecken und kalt stellen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!